In diesem Quick-Tip möchte ich dir zeigen, wie du schnell einen erhabenen Winkel konstruieren kannst. Wir sollen hier einen erhabenen Winkel mit 237 Grad konstruieren. Nimmst du nun dein Geodreieck zur Hand, fällt dir vielleicht auf, dass du nur bis 180 Grad konstruieren kannst. Deswegen behelfen wir uns mit einem kleinen Trick. Von den 237 Grad ziehen wir 180 Grad ab und erhalten so einen Rest von 57 Grad. Mit diesem kleinen Trick können wir den erhabenen Winkel nun konstruieren. Als erstes zeichne ich den ersten Schenkel und beschrifte den ersten Schenkel mit dem Scheitel und mit dem Namen A. Danach verlängere ich mir diesen Schenkel und erhalte so nun einen gestreckten Winkel mit 180 Grad. Das sind nun die ersten 180 Grad unseres erhabenen Winkels. Es fehlen uns jetzt noch 57 Grad. Dazu lege ich mein Geodreieck an und markiere mit einem Punkt die 57 Grad auf der Skala am Geodreieck. Danach lege ich mein Geodreieck passend an und zeichne den zweiten Schenkel. Und schon hast du nun einen Winkel mit 237 Grad konstruiert. Der orange Teil die 180 Grad die wir mit der strichlierten Linie angedeutet haben und der Restwinkel von 57 Grad der auf die 237 Grad noch gefehlt hat. Natürlich musst du die Konstruktion normalerweise nicht so farbig machen, die Farben habe nur ich zur Verdeutlichung verwendet. Hier siehst du die fertige Konstruktion nun einfärbig. Ich habe noch den Winkel Alpha beschriftet und den zweiten Schenkel mit B beschriftet. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kurzen Video dabei helfen, einen erhabenen Winkel konstruieren zu können.